So, die zweite Runde Nürburgring. Ach, da ist er. Ah doch, der wartet eine Zeit. Das man nicht merkt. Ach, der will uns hinterher fahren. In 700 Metern Flächen abwägen. In 300 Metern Flächen abwägen. Das ist ja krank. Rechts abwägen. Der Motor macht seine Schwierigkeiten. Links halten, danach scharf rechts abwägen. Strecke neu berechnen. Vorne scharf links abwägen. Danach leicht rechts abwägen. Strecke neu berechnen. Und schon geil. Oh, Alter. Geil zu cool, oh, den Porsches. Dann würde ich umfassen. Wenden. Strecke neu berechnen. Strecke neu berechnen. In 600 Metern wenden. In 300 Metern. In 300 Metern wenden. Uh der alte GT2. Beenden. Verbrennen. Jetzt sollte ich in Richtung raus. Ja. Oh, 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 oh. Ich schreibe mich neugrisch. Ich schreibe mich neugrisch. Oh, aber steht 190, 200 MHz eigentlich. Ah ja, jetzt ist der Motor auch schön warm. Aber jetzt machen die viele, viele. Kann sein, dass beim Bisa noch rauskommt. Ja. Ja, ja. Und ist die Bremse noch gut? Ja, bis jetzt fühlt es mich noch gut. Also mit dem ATO-Bremsen sind ja immer vorsichtig. Juhu! Ohlala! Das ist viel geiler. Man kann keine Achterbahn der Welt hinterherlassen. Von hier fahren sie 24 Stunden lang. Jetzt sind wir auch eine Legende. Jetzt sind wir wieder gleich an der Exmühle. Jetzt haben wir schon einen Drittel geschafft. Ja, die ist Sau. Die macht jetzt ziemlich spät auf. Ja, jetzt sind wir die Unterradfahrer auf die Fresse. Schon mal gut, es war wieder keine Achterbahn. In 700 Metern schärf links abliegen. Mal die Exmühle. In 300 Metern schärf links abliegen. Schärf links abliegen. Juhu, der zweite Moment. Mal die Selle Eil, der da ist ja rein. Ja. Vor allem mit dem Rennfahrwerk, was er drin gehabt hat. Das wäre ja gerne Aufwender. Ist ja auch immer gleich. Bei der normalen Straße, als eine kleine Motor hier war. Das ist schon so wie die Reifen kleben. Ja, ja. Ja, so wie das Gummi. So wie der Berni seinen Subaru. Jetzt kann ich hier, kann ich... Ja, das ist ja auch so Sportreifen. Ohne das ist schon echt so gefährlich. Ja. Bestimmt. Weil wenn du so wie jetzt, bis der Limit fahren willst, dann musst du Bremsen gut haben und gute Reifen. Und vor allem so oder so. Boah, wieder einer. Boah, wie sich das geil anwirrt hier durch die Dings. Na, da haben wir doch noch einen guten Tag. Hammer geil. Heute ist aber noch mehr los wie letztes Mal. Ja, wegen der Dingsrennen. Was da noch stattfindet. Heute sind auch Hammer Autos dabei. Ja, wieder. Hammer. Gampada. Ferrari, Lamborghini, alles. Alles was du willst. Ich muss nur sagen, welchen da habe jetzt. Jetzt kommt diese tückische Kurve wieder. Jetzt sind wir gleich auf dem Karussell. Ja, da vorne ist das Karussell dann. Und schon die zweite Rundezelle. Strecke Neuberechnung. Jetzt kommt dieses links-rechts, links-rechts und dann gerade. Juhu. cái BW ist ein. Boah, der sitzt ja da richtig auf. E.M. Geil. Die Hohe 8. Da fliegt auch viel raus. Weil es so berg hoch geht und ich muss es mal enger machen. E.M. Die Landskarten 1 und 2. Da Richtung Brünchen. Wie sah das Sauk? Da stehen sie. Ja, ja, desto mehr runder du fährst, umso mehr trotzt man sich. Also du merkst ja, bei Mato, der ist ja jetzt schon das dritte Mal da, also der fährt jetzt schon ein bisschen zu. Ich fährt locker mit der Mitteilung, aber wenn die Bremse nicht machen, ist das schon nicht so gefährlich. Kann sein, der bremst bis zu früh, musst du eine Vollbremse machen. Kilometer so weit. Das ist ein Motorradfahrrad. Ja, selten. Das ist halt immer dickig. Oha! Der BMW hatten sie ja vorhin schon geholt. Und wieder geholt dann hinter mir. Mit dem Kopf an den Linkspot fliegen vorbei. Ja. Aber der schon wieder. Der BMW, da hast du ja keine Chance. Das war's. Das war's. Das war gleich. Das war's. Das war's. Das war's. White carousel. Alle Karten. Das macht die Alpen ganz schön kaputt. Auf dem O-Pedle haben wir da keine Chance. Kommt drauf an, wie du fahren kannst. Aber gegen richtig gute Fahrer natürlich nicht. M1. Das ist so wie Zwift. M1. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020